Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge No Man's Guy. Ich war gerade auf dem Weg nach Hanse von unserem gestrandeten Schiff, weil ich mich schnell mal rauf zur Raumstation porten wollte. Und auf dem Weg habe ich das hier gefunden. Noch mal so eine Handelsstation. Da muss ich euch ja noch mal dazuschalten. Sprecher und folgen! Sprecher und die Geräte im Jorgen. Sprecher und die Zierung spüren in den canal. Ja, diese Dinger, da muss ich auch noch mal für unsere Face bauen. Ah, okay, diese weißen Kisten machen immer auf Maximum. Ah, okay. 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 Das war's. 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 Das hat er dann für Baupläne für uns. Ja, ja, ja. Ich will Baupläne. Das war's. 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 Ah, okay. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einmal hier. Okay. Oh nein, lass das alles weg. Ich habe gedacht, ich kann es aufgeben. Haben wir wenigstens Komponenten gekriegt? Wir haben noch zwei Signale gehabt, oder? Ja genau, wir müssen Richtung diesem Signal. Okay, also ihr Lieben, wenn ihr auf Basis löschen drückt, wird alles gelöscht, was ihr dahin zementiert habt. Also erst alles lehräumen und dann löschen. Okay. 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 Ich lasse mal ein bisschen. Okay. Okay. Da ist eine riesengroße Weltraumstation. So. 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 Oh mein Gott, da oben auch nicht? Das war's für heute. Alright. Ich geh da, da ist gut. 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 So, wir gehen jetzt erstmal mit dem Kohlstuhl. So, ihr Lieben. Wir erfahren jetzt, dass wir noch eine Welt fertig sind. So, ihr Lieben. 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 ausprobieren. Ist noch ein bisschen wie überfrohr dann. Ja, das ist ein Schausch, das ist ein Schausch. Das war's für heute. Oh, wir haben noch Kaffee, wie geht es denn hier? Ich glaube, es geht auf die Kaffee. Vielen Dank. Okay. Temperatur stabilisiert sich. Temperatur stabilisiert sich. So. 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 Produkt hergestellt. 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 Und dann heißt es für mich, dass ich dann auch ordentlich ein bisschen farmen darf. So. 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 Was ist das? Produkt ergeschnallt. So, dann. So, dann. So, jetzt auf dem Tal läuft jetzt. So, jetzt läuft es von dem Mausen dann. So, dann. So, dann. So, dann. Oh Gott, ich habe ihn teilweise falsch gesagt. Aber es ist geil. So, dann. So, dann. So, dann. So, dann. So, dann. So, dann. So, dann? So, ein? Untertitelung des ZDF, 2020 So, also ihr Lieben, das war jetzt eine überlange Folge. Das war's denn für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!